so da sind wir wieder zurück diesmal spiele ich das ist erst zwei tage später also ein bisschen ausgenüchtert mussten wir gestern beide am ordi was weg getrunten freunde also die flasche ist noch ein bisschen was übrig geblieben so ein schlückchen ja und da haben auch eine wodkaflasche platt gemacht zu zweit man muss dann zu zweit wir waren nächsten tag ordentlich gut drauf und jetzt haben wir sonntag und jetzt müssen wir wieder selbst spielen vier spieler mal gemacht sieben punkte ist jetzt nicht so die bombenauswertung müssen auch mal gucken freunde sie müssen auch jetzt man sieht einfach ab hier die dingen und das ist halt wieder anpass den ich nicht gespielt habe lehne kommt raus und kann so den winkel natürlich noch ein bisschen spitzer machen für ihn und war anscheinend noch dran okay habe ich nicht so gesehen er stellt irgendwas mit den ecken um ja und es klappt er macht einfach nen 18 meter kopfball und scheiß eckball tormann musste sein freunde jetzt muss ich kreuzen macht er nicht ja man macht doch relativ einfach ja und dann das ist nichts freunde ich habe wahrscheinlich noch einen meter laufen müssen freunde damit das ding auch mal vielleicht irgendwie halbwegs rein geht so null bei der ecke das ist eine gute ecke aber es ist halt ein bänderarm kopfball also erst mal dass ich 20 minuten gespielt hat mit der falschen steuer und ich dachte mir schon warum berutsche ich denn bei jedem zweikampf was macht ihr denn alle ja da ist einfach mal viert und kreis vertauscht und ich meine hätte ich da übrigens einen abschluss gehabt das wäre komplett für den arsch gewesen sozusagen wäre der irgendwie aufs tor geflankt sozusagen statt zu schießen egal jetzt haben wir die richtige steuerung und wir sind langsam so ein bisschen mehr am drücker ein bisschen mehr reingekommen ja statistik sagt jetzt nicht unbedingt viel aus wie gesagt die ersten 20 minuten danach hat er ja auch eigentlich nicht mehr wir müssen das ding auf 100 drehen der ist auf absolut schlagbar so nur wie nur hier aber mit nur wie so schön der rede kann sich durchsetzt er kann sich durchsetzen freunde er kann sich durchsetzen und dann ein ding genau da wo ich da haben wollte eigentlich also das war genauso geplant aber nicht zum erfolg geführt sogar der sich sagt doch sofort passen nur wie schönes ding kann ich wahr sein was ist das junge was willst du mit so einem pass nur wie gutes ding noch mal auf nur wie und jetzt muss es ja genau so geplant jungs was auch immer denn nur die ball mit nahe von nur ich glaube damit habe ich nicht nur mich selbst den gegner sondern vor allem auf die dägerischen torwart irritiert freude geile ding ich weiß nicht habe ich da immer speziell ist gedrückt obwohl ich keine ahnung habe aber geil sehen wir nehmen uns auf jeden fall das ding jungs 60 oder 61 jetzt ne 1 1 kommt wir sind drückend überlegen der kriegt gar nichts mehr mit alter was ist das denn nur juni der meister hat zugeschlagen gutes ding man chincherito setz dich einmal in deinem verfütten leben durch jungs wohl noch nicht mehr das kein abseits ist weil sie auch nicht es wäre kein abseits gewesen doch ich wollte schon sagen jetzt habe ich wieder so ein freistoß wo du denkst alter was machst du damit mann bänder ein langer pass auf sokrates ist das so schwer ist das wirklich so schwer das umzusetzen was ich drücke herr und als politisch schenkerito gut gestartet gut bänder 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 ja 92. absolut verdient und da haben wir unseren sieg jungs und dann last minute sieg man der fresse jungs ey der torwart wie er den hälte ist auch schon krass ey der steht eigentlich eigentlich steht er und kommt aber runter so jungs halt noch mal nach hinten werfen jetzt hier Nuri und Bender Na ja, wohl klar Die beiden drehen müssen, ne Wenn schon nicht die Offensivkräfte, Schürrle Dann startet Ding So, hier kann ich nochmal Auf Schürrle durch Ich hab den Fall geklopft Gedrückt Ja, passen wir drücken, Mann, ey Egal So, Jungs Ich sag doch, wir wurden immer stärker Ganz ehrlich, wir wurden immer stärker Und dann haben wir es auch am Ende eingefahren, aber auch erst nach 92 Die haben schon wieder nicht gemacht, was ich wollte, Jungs, ne Ich spiel zum Ballbesitzfußball und die Typen wissen nicht, wo sie hinpassen sollen E.K. richtig schlecht Obwohl er von der Bewertung, der da hier so schlimm aussah Na, wohl doch, komm, Jungs Also, wenn mein Mittelfeldspieler Mein ZM, der die Bälle Verteilen soll, wenn der eine 6,7 Hat, der ist nicht für die Zweikämpfe zuständig Der ist nicht für Schießen zuständig Nur für Pässe Und wenn der Typ eine 6,7 hat Dann wisst ihr, was los war im Offensivspiel Dann wisst ihr, was los war Und wenn Schöner der beste Mann ist, dann wisst ihr auch, was los war Ne, geiler Typ Jungs, da haben wir unseren Sieg Das heißt jetzt, 5 Spiele, 10 Punkte Das heißt, 2 brauchen wir noch, um nicht abzusteigen Gut, ich denke mal, da wären wir hinten bei 5 Spielen Und wir brauchen aber immer noch 7, um halt die Meistertitel einzufahren Mindestens 5, um halt überhaupt aufzusteigen Also, im Grunde genommen, 2 Siege Und dann gucken wir weiter Bis demnach So Jungs Was ist das denn? Äh, Liga 7, ne? Okay, also so, so ungefähr später meine Mannschaft aussehen So ungefähr in 20 bis 30 Saisons What the fuck? Liga 7, 85er, Red Bull Leipzig Ja, FC Kreditkarte oder was Meine Boah, Alter Jut, Jungs, ähm Keine Ahnung Ziel ist unentschieden, würd' man sagen Bis gleich Vamos, dieses Ding So, Götzinho Götzinho? 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 Und, ey, meine 90%-iges Ton von Götzinho, Freunde Und Kagawa staubt dann ab Was denn da los? Den kann man ja nicht halten in der Mitte Du musst mit Götz mal ein bisschen mehr alleine machen Götz mit der 22 Irgendwann muss ich nochmal die Nummer mal ändern Götz mit der 22 Was sagt der für eine Nummer für ihn? Was ist das denn? Jungs, 1-0 Was ist da los? Toprad, ganz wichtiges Ding Götze Und der schickt sofort Sofort den Karim Ja Gamos? Na, der Neuer Ist so eklig Er wird 100%ig nochmal reinziehen Das wusste ich eigentlich Aber gut So, direkter Konter jetzt mal hier, Freunde Direkter Ding, super Velarabi Da läuft er raus Da ist ein Götz Das ist alles fair anscheinend Gut Sven Bender Gutes Ding Götze 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 Meine Herren, Alter Da muss er sich aber Der muss sich richtig strecken Um den Götze Und im Griff zu kriegen Der von Götze war hart Der war eigentlich mit beiden Beinen Hauptsache mit beiden Beinen voran Wenn Bender kein Bock auf den Zweikampf Na gut, dann nicht Hohohohohoho War abseits? Ich glaube, das geht auch nachkriegig gelb Jaja Das war wirklich Das war hart am Limit, das Ding Jungs, das war kein Abseits Das Ding hätte gezählt Und genauso muss das auch sein Und Dieke kann flanken Ah, in den Rückraum von Ramos Ach, Chiri Geh weiter Naja, ist nicht immer ein faulen Bender, der mal den Ball kriegt Ne? Ja, war das gut von Von den beiden hier Oh, Tratzner Ja, ey Jungs Also wenn er mich mit Tratzner da außen einfach Ich Puh Was war denn da los? Der hat keinen Bock gehabt da außen mal anzugreifen Oder was? Dann zieht man Tratzner rein Dann kann ich auch den schönen Pass machen Weil dann ist er Da ist er komplette Unruhe im Strafraum Da findest du immer einen Abnehmer Keine Ahnung, Freunde Da war mal kurz ein Aufsitzer auf der rechten Seite Da ist er niemand rangegangen Und dann, ne? Ganz easy Körgava macht sein zweites Ding hier Ha! Neu So, Halbzeitanalyse Ähm, ihr habt das Team von ihm gesehen Er kann damit anscheinend nicht so richtig umgehen Weil, ihr tut euch die Statistik an Ja, ich meine die 10, die ich euch zeige Die werden sicherlich dann auch Oder die beiden Tore Werden auch so ein bisschen belegen Also, bis auf die eine Drohschance Die er einmachen muss Muss man ehrlicherweise sagen Hat er nichts gehabt Ansonsten Jungs, da ist so ein Sieg drin Den Typen Was ist da los? Durchsetzt Ja, wie auch immer Sich Lewand Dovsti da durchsetzt Boah Ey, den Jun will ich auf wie vor auch haben Der setzt sich Aber hallo Setzt er sich da durch, Mann Und ich hab ein Oh, das ist Oh, 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 oh Die Eckball-Variante war nicht schlecht Also, wenn ihr dann ordentlichen Typen zu stehen hast Nicht um ihn Thiago Ne, das Kopf war unterheuer Thiago Wer kennt ihn nicht Dann sieht's eigentlich ganz du aus Und wie gesagt Er spielt gegen die Zeit Mann, Shinji, sofort Was hast du Die, die, die 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 Oh, nee, Alter Alter Schwede, Mann Und macht den der Diekmeier Oh, hart am Limit Definitiv war das hart am Limit Der ist nicht schlecht für Ramos Hab ich dir empfohlen, anzunehmen? Ey, Götze Junge Eine bessere Schussposition Kriegst du nicht Was macht denn der Der Ramos Der hat ja schon wieder Nicht richtig Also Nee, nee, nee Die war scheiße, Mann Der war Nicht so gut Den gibt er mir aber Und Kagawa Mann, ey, Junge Und Dratzla ist wieder durch Dratzla ist wieder durch Dratzla kann auch flanken Und Ramos Macht einen Rückpass zum Torwart Der muss ankommen Und der muss laufen Der Bellarabi, der muss laufen Oh, Ramos Junge Das war 1a Die 1a Flanke Gutes Ding Gutes Ding So, Kagawa Gutes Ding Oh, genau da wollte ich ihn haben Und Ramos Ramos macht genau den Konter Wollte ich noch fahren, Freunde Und damit haben wir es In der 3,90 Genau so sollte das Spiel aussehen Denn das ist ein perfekt gespielter Konter In meinen Augen So ein Ding Da hinten der Einwurf, Freunde Da war der Fehler Und dann haben wir es Bären stark nach vorne gespielt Und dann haben wir auch So eine Mannschaft 85er Mittelwert Den haben wir geschlagen Und manchmal mache ich da nicht mal ein Tor Manchmal nur ein Tor Und die hat ein neuer drin Perfekt, Mann Perfekt Zack Und da ist es, Jungs So, und danach war auch Schluss Also von der Statistik her Muss ich ehrlich sagen Sieht das auch verdient aus Meiner Meinung nach 80% Passgenauigkeit Schussgenauigkeit ist ungefähr gleich Nur haben wir halt 7 Schüsse mehr Und davon 5 mehr aufs Tor Ballbesitz hatten wir mehr Wir hatten sogar mehr Zweikämpfe Was eigentlich immer so ein bisschen komisch ist Wenn du mehr Ballbesitzer hast Hast du meistens weniger Zweikämpfe Die du gewinnst Du, wir hatten auch mehr Fouls Okay, weißt du Ist okay Denn so eine Mannschaft Die wir spielen mussten Da musst du auch mal ein paar mehr Fouls reinkneiden Logisch So, das sind die Bewertungen Eigentlich okay Draxler hat ein richtig ordentliches Spiel gemacht, Freunde Nicht schlecht Ja, Junior Ne, und ansonsten Können wir mal gucken Übrigens mit 10 Punkten Wären wir schon durch gewesen Also wir waren schon letztes Spiel sozusagen durch Dass wir sozusagen mindestens die Liga halten Jo, jetzt haben wir 6 Spiele Ich meine, im Endeffekt Wir haben das erste Spiel verloren Dann ist am Anfang Und dann Unentschieden Ne, wir haben erst Unentschieden gespielt Dann haben wir verloren Und seitdem vier Mal gewonnen Der Dude Einmal war es beim Mitbewohner Der sich die rote Karte abgeholt hat Die Sau Egal Wir brauchen jetzt Also in vier Spielen Brauchen wir im Grunde genommen 4 Punkte Das Muss doch eben wie möglich sein Oder spinnig, Freunde Das muss doch eben wie möglich sein Ne, doch Das erste Spiel war unentschieden Genau Und dann haben wir verloren Gut, Jungs Dann würde ich sagen Weiter zum nächsten Spiel Auf Wiedersehen Vielen Dank.